So, Halli Hallöchen, HanselPeter hier, willkommen zurück zu Let's Play Risen 3 Titan Lords. Es wird Zeit in den Krieg zu ziehen. Oh, nee warte, Edward brauchen wir. Wir müssen mit, 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 wo ist er denn? Ah, Eldrick reden. Also, äh, auf geht's. Ja, ich hab schon 20 von den Typen erledigt. Alles klar, Eldrick, alles klar. Dann, äh, los, auf in die Schlacht, Schattenlord des Zweifels. Es gibt auf Kalador zwei Schattenlords? Okay, hier drüben war einer und hier ist dann anscheinend auch einer. Gut. Ja, dann gibt's halt zwei. Dann passiert das halt so. So, ihr zieht in die Schlacht, ich, ähm, ich loote die Truhen, dass sie hier nicht auch irgendwie zurückbleiben müssen. Ah, Gold. Ah ja, stimmt, wir können ja unseren Todesblick hier einsetzen. Wow. Voll krass. Voll die coole Sache. So, rennt doch nicht weg von mir, Mann, so hässlich bin ich doch gar nicht, ja. Ach, gleich noch mehr. Ah, oh, oh, ein fetter. Ah, der habt ihr... Sie haben sich gut organisiert. Es wird schwer werden, ihnen das Handwerk zu legen. Den habt ihr aber gerade echt gut weggeklatscht. Los, weiter. Zusammen bleiben. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ja, ähm, der hat auch ein Herz, ne, genau. Also jetzt nicht mehr. Truhe, sonst irgendwas? Nö. Gut, dann, äh, los, Jungs. Hey, hier drüben habt ihr einen übersehen. Das ist bestimmt so ein Geheimgang. Warte, wir, wir, wir greifen von der Flanke an. Oh ja, da hat's einen Seelenfresser, oder? Habe ich das gerade? Ja, einen Seelenfresser. Gut, wir greifen... Der Seiteingang ist aber auch ganz gut bewacht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aua. Wir machen ein bisschen... Oh, verdammt. Peng und peng und... Wir haben ja, wir haben ja die Muni. Peng und peng und peng. Und gerade schieße ich auf gar keinen. Nein! Aua! Du Schwein! So, oh, oh. Die machen aber auch echt gar keinen Schaden. Und die haben auch grüne Herzen. Und er hat's einen Eisenerzader. Wuh! Und eine Falle. Ich seh's genau. Und da geht's auch noch hoch. Ah! Kompliziert. Erstmal das Eisenerz. Das Wichtigste. So, dann lösen wir einmal kurz provisorisch die Falle aus. Oh nein! So, tak, tak, Moment. Ich will hier erst hoch. Das ist anscheinend ein anderer Weg. Ich hoffe, der führt noch nicht zum Schattenlord. Oh Gott! Nochmal eine Falle. Gut, die hab ich jetzt diesmal nicht gesehen. Da wär ich jetzt draufgegangen. Jetzt nicht. Das ist der Schatten... Ne, das ist ein normaler... Ein normaler Dicker. Äh. Ja, greif mal hier jemanden an. Zack. Oh Gott! Au. Aber ich weiß noch, in der Zeit, da haben die Viecher noch richtig viel Schaden gemacht. Also ich glaub, die guten Zeiten, die sind rum. Na, heutzutage machen die jetzt nicht mehr so viel Schaden. Zack, Eisenherz Oh, Junge Goldklee Was haben wir denn noch hier oben? Ist das ein Pfosten oder geht es hier weiter? Ich glaube, hier geht es nicht weiter Aber ich meine gerade ein Äffchen gehört zu haben Bauplan für Diamant-O-Ring Ja, tatsächlich ein Äffchen Warte, hier kriegst du einen Freund zum Spielen Der würde ich auch bestimmt nicht beklauen oder so Lala Kriegen Banane Und Das geht nochmal weiter, ein Golderz Nochmal Oh, oh, oh Das hat dem Äffchen Schaden gemacht Okay, wir kämen mal zurück Ja, ganz ruhig Durch deine Geräusche verrät sie dich noch Äh, nur Wir haben dir jetzt einfach geholfen So, ich wette, die anderen kämpfen gerade nicht weiter Sondern chillen so lange, bis wir zu denen stoßen Diese faulen Schweine Waffe ziehen Oh nein So wie es hier aussieht, kann man leicht in einen Hinterhalt geraten Ein offener Kampf ist mir lieber Ja, deswegen kommen wir ja von der Seite Wir sind der Hinterhalt Haha Zack So, von unseren Leuten ist bisher noch keiner tot Ich sollte vielleicht erstmal den Lindwurm hier ausschalten So, zack Oh, der gab auch 440 Ruhm So, lass mal unseren Kumpel hier in Ruhe, Mann Oh, wir können Fernkampf steigern Drecksack Fernkampf Ja, ja, warum nicht Ja, Fernkampf Warte, Magie Scheiße, wir müssen Magie steigern Oder? Ne, so viel haben wir mit Magie gar nicht am Hut Wir brauchen eigentlich Geist Geist und Fernkampf Nicht auszudenken Wenn es diese Armee schaffen sollte Über den Lava-Strom zu kommen Ja, viel von der Armee ist da jetzt auch nicht mehr übrig, Eldrick Wir haben es fast geschafft Durchhalten Ich will den Lindwurm noch ausluten Nein Geh weg Ich will die Leiche hier So, warte Wann laufen die denn? Aha Scheiße, ich hab gerade den Orientierungsspieler Punkt verloren Ähm Wir kamen alle von da? Ne, wir kamen von da Die anderen kamen von woanders Hä? Warte mal Achso, die kamen von da unten Ah, 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 ah Ah Gut, jetzt haben wir zwei Wege Rechts und links Die prügeln sich da mit den Untoten Das sollen wir rechts sein Wir gehen mal nach rechts Wir gehen mal weiter hoch Ich hab keine Ahnung, was der richtige Weg sein soll Ah, die folgen uns alle Okay, sieht richtig aus Da ist ne Truhe Truhe Ach, verdammt Normalen Scherge Alter, davon muss man kotzen, ey Du Drecksack Einmal abstechen So, meine Truhe Äh Nope So Golderz Ach, Golderz zählt auch dann als Wert Dings Interessant Äh, ich glaub nicht, dass es hier hoch geht Okay, sonst noch irgendwo ne Truhe Nö Jungs, wo wollt ihr hin? Scheiße, ich komm hier Komm Doch, ich komm hier rüber Wo sind sie hin? Äh Keine Ahnung Ich, ich laufe einfach mal hier oben lang Ne Ratte Was macht die denn hier? Ich glaub, das war jetzt nicht so ganz der richtige Weg Au Aber Hier waren wir noch nicht Also war es doch der richtige Weg Mal Oh So ne 10er Truhe Das Bäh Oh, Gold, Gold, Gold Und unsere Leute, die da kämpfen Aber Gold LoL Der ignoriert den voll So, Leute, ihr könnt das Gold nicht so liegen lassen, Mann Dann müssen wir da sofort immer Bescheid geben Ach Richtig nice Oh Gott, ich will nicht runterfallen So, wo Wo ist Ich verliere meine eigenen Leute die ganze Zeit Äh Okay Wo sind unsere Leute? Hä? Na gut, mehr Ruhm für uns Aber trotzdem hätte ich gern Unsere Leute an unserer Seite Na Na gut, dann nicht Und zack So, irgendwo eine Truhe Oder Gold Oder Wertobjekte Ne Gucken wir einmal Ach ne, die sind schon vorgelaufen Die sind einfach durchgelaufen? Diese miesen Verräter Okay Die haben uns hier einfach Die Gegner zum Kämpfen überlassen Alter, den reibe ich so was von rein Spiel Spiel Oh, Spiel will nicht Okay, Moment Spiel will gar nicht Ganzer PC will gar nicht Task Manager? Wo? Okay, Risen ist abgeschmiert Na gut Dann würde ich sagen Wir sehen uns im nächsten Part An genau der Stelle wieder Wie immer Vielen Dank fürs Zuschauen Ich habe vor kurzem gespeichert Bis zum nächsten Part Wie immer Ja, euer Henz Peter Ciao Einfach so eingefroren Gute Sache Ah, ich kann nicht beenden